Guten Tag, mein Name ist Ingo Höflich. Ich begrüße Sie heute zu dem Thema Cashflow-Analyse. Der erste wichtige Punkt ist erstmal die Klärung, was Cashflow überhaupt bedeutet. Cashflow kann man eigentlich auch mit Liquidität übersetzen, nämlich die Frage, wie viel Liquidität wurde in dem Unternehmen innerhalb des Betrachtungszeitraumes erwirtschaftet oder vernichtet. Stellen wir uns also einmal ein Geschäftsjahr vor. Wir haben das Geschäftsjahr 2017 und wir schauen uns an, ob dort die Liquidität des Unternehmens zum Jahresende größer oder kleiner geworden ist. Die Liquidität, die messen wir ja in Geldeinheiten und die befindet sich ja in der Bilanz, in den Positionen Kasse und Bank. Und da können wir uns anschauen, wie die sich quasi verändert haben und auch wodurch die sich verändert haben. Es geht also nicht um die Frage, ob das Unternehmen einen Gewinn erwirtschaftet hat, sondern die Frage, ob wir entsprechend mehr oder weniger Liquidität haben. Wie gesagt, jetzt sehen wir das noch ein bisschen genauer. Praktikerlösung, den Jahresüberschuss oder Jahresverlust oder Jahresergebnis vor- bzw. nachsteuern können wir recht gut aus der Gewinn- und Verlustrechnung entnehmen. Und jetzt haben wir die Position, die meist den Großteil an nicht zahlungswirksamen Aufwendungen darstellen, nämlich die Abschreibungen. Die Abschreibungen vermindern unser Jahresergebnis, aber daraus ist kein Geld abgeflossen. Deswegen müssen wir die wieder hinzuaddieren. Das Gleiche gilt für langfristige Rückstellungen, zum Beispiel langfristige Prozesskostenrückstellungen oder Rückstellungen für Pensionen. Die kommen auch wieder obendrauf, weil dafür kein Geld aus dem Unternehmen abgeflossen ist. Zuschreibungen werden abgezogen. Zuschreibungen sind das Gegenteil von Abschreibungen. Das soll jetzt nicht blöd klingen, sondern nur, dass man sich überlegt, was könnte das sein. Das heißt, der Wert eines Vermögensgegenstandes wurde ursprünglich einmal außerplanmäßig abgeschrieben, zum Beispiel durch einen Wertverlust, weil vielleicht das Objekt Asbest verseucht ist und wir die eine Etage nicht mehr vermieten können. Jetzt haben wir das Objekt von der Immobilie saniert. Wir können es wieder komplett nutzen. Und jetzt kommt wieder eine Zuschreibung. Jetzt kommen wir wieder auf den ursprünglichen bzw. auf den neuen Wert. Dafür ist kein Geld geflossen, sondern nur der Wert ist gestiegen, aber unsere Kasse Bank hat sich nicht verändert. Deswegen müssen wir diese Zuschreibungen bei der Berechnung des Cashflows auch abziehen. Das gleiche gilt für Erträge aus der Auflösung von langfristigen Rückstellungen. Diese Rückstellungen haben wir als Aufwand gebildet und jetzt würden sie quasi als Ertrag in die Geom-Fonds mit reingehen. Aber es ist kein Geld geflossen, damit haben wir unseren Cashflow. Und das ist das, was das Unternehmen erstmal an Liquidität verdient hat. Auf der nächsten Seite sehen wir gleich, dass wir diesen Cashflow noch ein bisschen weiter aufgliedern können. Jetzt haben wir die Seite Cashflow Aufspaltung und Interpretation. Das bedeutet, wir haben den Cashflow wie zuvor ermittelt, nämlich aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Und jetzt schauen wir uns die Posten der Bilanz an und unterteilen unseren Cashflow noch weiter. Alle drei zusammen, operativer Cashflow plus Investitions-Cashflow plus Finanzierungs-Cashflow, ergeben die Veränderung des Finanzmittelfonds. Dort sehen wir quasi die Veränderung zwischen Kasse Bank 1.1.2017 zu 31.12.2017, wodurch diese Veränderungen entstanden sind. Und damit haben wir natürlich eine ganze Menge Interpretationsspielraum, entweder nur für unser Unternehmen oder eben auch im Vergleich mit Wettbewerbsunternehmen. Darunter habe ich Ihnen einmal eine kleine Kennzahl dargestellt. Cashflow Adequancy Ratio, nachhaltige Zahlungsfähigkeit des Unternehmens, soll praktisch bedeuten, wie lange kann das Unternehmen denn mit dem operativen Cashflow Investitionen, Tilgung und Gewinnausschüttungen tatsächlich zahlen bzw. leisten. Ist also auch so ein Güte-Kriterium für das entsprechende Unternehmen. Ich hoffe, unser kleiner Ausflug in den Cashflow hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Sie haben ein paar neue Sachen kennengelernt und schauen bei uns mal wieder rein. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017